Was macht eigentlich die Maus zaschen? Was machen die? Gar nichts? Okay. Jetzt könnte ich eigentlich die Maus weglegen. Oh lol. Oh shit. Hey lass mich mal einsteigen. Oh lol. Da hab ich ein wenig Scheiße gebaut. Okay, hier kann ich nicht raus. Lächerlich. Einfach lächerlich. Äh. 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 Wie komm ich hier raus? Erste Frage. Da kommt ein Boot. Jetzt warte ich einfach mal auf das Boot. Was macht das? Nichts? Kann ich nicht Boot fahren? Das kostet mich an. Was? Bobby, wie, wie, wie? Wie komm ich denn jetzt hier wieder raus? Online-Entschlüsselung. Okay. Ich glaub da drüben kann... Ne, da drüben komm ich auch nicht raus. Scheiße. Hacken. Au. Hacken. Hacken. Okay, Alter. Mein beknackter Opa. Gestern sein Status geändert. Oh Mann, das ist... Boah, das ist so eklig. Oh nein. Was hat der gemacht? Also Mann, meine Oma starb vor nicht mal einem Jahr. Und sie hat sich immer gut um ihn gekümmert. Aber offenbar hat er jetzt eine neue Freundin. Die krank... Lol. 500. Verfügbare Skillpunkte 5? Okay. Gut. Freies Spiel. Online-Beschattung. besten liste anzeigen beförderung sind ja vor dem sehe geht nicht das halten zum abbrechen hat er ist nicht so ganz verstanden warum ist die brücke offen ach weil ich sie aufgemacht habe bitte lass mich doch hier raus verbrechen erkannt ja auch gott sei dann gehört doch jetzt bin ich durchnässt einkaufen das ist das ist eine knarre in seiner hand stehlen hier habe ich gestohlen weiß ich nicht hat nichts gehört nichts gesagt du weißt wie das spiel läuft man ich kann mit jedem reden das ist mein ding so erstmal alle hacken ach das anhören will ich mir nicht sondern ich würde ganz gerne hier ein auto haben ich will hier eigentlich direkt schon fast bei der kampagne spüren wir dann gleich weiter eine neue welt oder vor muss ich noch kurz das verbrechen hier machen nein ok das war nicht schlau man sieht ja es tut mich ja auch gleich ja sehr gut wo muss man das auto wegschieben aussteigen schon wieder an der tankstelle klingt als hätte das ctos schlug auf ok erkennen erkennen den kann ich nicht erkennen das ist ein ATM ich habe hier passiert doch nichts so erstmal mal zum bankautomat gehen und uns geld holen wir haben nur so wenig ja ja ich verstehe schon ok und muss jetzt hier eine gefahr sein wenn ich den typen aufhalten will muss ich ihn schnell entdecken ah ok verbrechenswahrscheinlichkeit steigt steigt jetzt rapide an so haben wir erst mal erledigt zieht regelmäßig leid nee was weiß ich habe ah habe ich nicht lesen gehört wo ist denn da war ein gang versteck wo weiß ich nicht ein skillpunkt wir haben sechs stück kampf schneller wechseln habe ich nicht was ist das fokus steuerung drücken um den fokus zu aktivieren ok ruhiger arm ok das auf jeden fall einmal jawohl schnelle wechseln brauche ich jetzt nicht unbedingt fokus ist auch gut mit steuerung ähm was gibt es denn hier noch fahren schaltet automatisch den fahrzeug alarm ab und öffnet die türen sich auch gut an mit auf jeden fall was das reduziert erlitten und schon bei zusammenstößen n was gibt es denn beim hacken gold oder matt hack boost habe ich doch schon habe ich gedacht ok kann ich mache jetzt die kampagne die ich eh hier gleich jetzt habe ich 15 000 bin ich gut und hier bei mir im zimmer ist unglaublich heiß warum tut das auto so weiß ich gar nicht mission starten eine neue welt ich hatte schon oft mit bett zu tun aber seine identität lieb immer geheim so funktioniert jetzt will er mich treffen sehr ungewöhnlich ich werde ihn mal durchschütteln und sehen was er vor hat so ist mir nicht ganz kurz was trinken treiben sie bad boy ok bad boy was bad boy 17 bitte was bad boy 17 klar das ist nicht aus wie 17 sich aus wie ein bad boy ich würde sagen eher wie ein risiko ich mache dir doch keine angst hast du grund mir angst zu machen jetzt wirst du aber paranoid irgendwer mischt mein leben auf bedroht meine familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse bad boy mit mir treffen und er ist eine sie er ist eine lüge ich muss dir vertrauen können klar an deiner stelle würde ich mir nicht trauen aber hier ist ein grund zuzuhören die nachricht die du geschickt hast ich weiß wo man ihn findet ja also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen doch das persönliche treffen war nötig du wolltest dead sex system hacks jetzt hast du mich du solltest etwas netter sein ich eröffne dir gerade eine neue welt ja du bist nicht die erste frau die mir sowas verspricht damit machen die alle ihre drecksarbeit und sie wissen nicht dass ich zugang habe du hast es geklaut ein mächtiges tool aber mach keine fehler du kannst schnell jemanden verletzen sehr ich glaube du vertraust mir nicht gib mir einen grund dir zu vertrauen na gut der typ mit der nachricht wie finden wir ihn wir arbeiten zusammen du mit allem was ich dir geschickt habe ich verfolge sein signal du bist nicht ganz das was ich erwartet habe und du bist genauso wie ich dachte Aiden ja gut da habe ich kurz einen kleinen cut machen müssen ich kann mich nicht bewegen warum ah ok gut neue fähigkeiten freigeschaltet sie haben nun zugriff zu allen verfügbaren fähigkeiten oh das finde ich cool hätte ich mir vielleicht vorher sagen sollen oder was ist das hackenversorgungspunkte was sind das gegner kommen die gegners kommunikations stören profiler optimierung markiert automatisch zivilisten die lohnende heck belohnungen versprechen das hört sich gut an es kostet vier oh transformatoren was bringen die lohn ne brauche ich jetzt nicht so dampfleitung tungen what the fuck nach nagelsperre oder helikopter abschaltung wie geht es das wäre auch nicht schlecht aber ich glaube ich würde ich würde gern das da haben ja gibt es sonst noch was nein ok dann ruft mich jetzt hier jemand an spreche ich mit bad boy oder klar was nicht kompensiert voller wir müssen also den anrufer finden aber erst clever seine adresse wurde durch einen ctos-büro-turm geboumst kundenservice angestellte manager so sachen halt ein büro-sicher wir müssen einen weg ins system finden du bringst mich ein ich gebe dir seinen standort ich kann an der verwundbarsten stelle ins ge... kannst du zu was gucken was kostet denn das da 3 ok da wo sie lieferungen annehmen das ist... unterirdisch in dem tunnel da fange ich an hey tut mir leid wenn ich unhöflich gewesen bin ich weiß was du vorhattest du wolltest mich einschüchtern lehrbuchmäßig in meine distanzzone treten anstarren physischer kontakt du hast nach rissen gesucht hast du welche gefunden wirst es wohl gerne hören hier wäre ein ctos-turmets würde mich gern interessieren wo wir sind und hier war einer ok ne hier war kein hä doch das war glaubt der ok ziel ja bin ich schon fast dort hier hier oh oh hier darf ich glaube ich nicht rein durch die unterirdische ladezone eindringen kurze frage darf ich hier rein ok darf ich hier rein nein das ist eine kamera so den habe ich markiert den habe ich markiert das ist eine kamera so das ist aber noch eine kamera das sind ganz viele kameras ach du scheiße die habe ich alle anvisiert da hinten sind noch welche oh gott das sind sogar ganz viele ne überhaupt nicht hä wo waren die jetzt da ist noch einer war eindringen hier ok wie zum fixer ich da jetzt reinkommen ich fahr das einfach mal runter das war ich hoch da mache ich den alarm da mache ich ablenken scheiß fliege hier da ist einer wenn ich den ablenken boah fliege hau ab dann wie sich das wie zum fixer ich da rein kommt sagt mir das mal wie sich da rein kommen da rein kommen ja schwachstille er kann dann mach's doch so erstmal alarm auslösen er wollte stellt sich jetzt erstmal so hin dass dass man fast nix mehr sieht so gehen wir mal schnell hier hin was hat illegal ablenken ok ausschalten fuh 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 ok hacken ablenken ok scheiße kann nicht weit sein das war nix warum ist er da hochgegangen was soll der kack muss ich jetzt mal was essen scheiß st facken die vertreten es muss erst mit der spieler alle markieren scheiße und das wird uhr einsteigen jetzt drehe ich hier einfach ich versuche zu drehen und dann rass ich da rein nicht geschossen was ist das ihr habt doch kein schuss abgefallen nachher würde ich einfach sagen probieren wir das hier einfach die nächste folge wieder bis dann sage ich mal vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss